Und ich hörte, sozusagen, den Lern des Donners. Und ich schaute auf und siehe da, es war der Tod, der sagte, komm und sieh! Und ich sah, und die Hölle folgte mir. Überall herrscht Dunkelheit. Sie sind nicht der Einzige, der alles verloren hat. Wenn Sie nur Vergeltung suchen, wird es Ihnen niemals gelingen, die Menschheit zu retten. Kämpfen Sie diesen Krieg mit mir, nicht für einen Mann, sondern für die Welt, Mr. President. Und die Hölle folgte mir. Die Hölle folgte mir. Die Hölle folgte mir. Die Hölle folgte mir. Vielen Dank.